Musik Liebe Freunde der nationalen Sache, seit Montag beginnen im ganzen Land die Plakatierungsarbeiten. Wir brauchen jetzt noch einmal die Unterstützung von euch allen. Meldet euch als Wahlkampfhelfer. Wir haben richtig viel vor in der heißen Phase des Wahlkampfes. Wir werden einen fulminanten Endsport hinlegen. Dann werden wir am 20. März einziehen und dann werden wir gemeinsam das Land verändern. Ihr könnt euch ab sofort auf den Netzseiten des Landesverbandes über unsere Plakatmotive informieren. Ich denke, wir haben eine gute Auswahl getroffen und wir werden mit unseren Plakaten den Kuschelwahlkampf der etablierten Parteien gehörig aufmischen. Musik 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 Musik